so wie versprochen ich habe es mal angezogen mal auf mehreren nadeln verteilt auf den arm hätte ich 50 maschen hier vorne habe ich 80 maschen hinten habe ich auch 80 maschen und noch mal 50 und zwei maschen bleiben über wenn ihr das genauso gemacht habt wie ich die könnt ihr dann nach vorne oder nach hinten geben und mir reicht das so ich werde jetzt bis unter den axeln gerade weiter recht stricken ich werde da kein muster mehr einarbeiten vielleicht fange ich hier unten unterm arm noch mal wieder neues muster an aber das werde ich euch dann weiterhin zeigen ich stricke jetzt erst mal meine 19 cm und dann sehen wir uns wieder bis dahin habt einen schönen tag und habt viel spaß und vielleicht hinterlasst ihr mir mal ein kommentar dafür darüber würde ich mich sehr freuen in diesem sinne ein viel spaß beim stricken okay tschüss